ja hallo freunde willkommen zu einer neuen folge von kühnes koch kanal heute gibt es was außer rubrik beilagen wir machen heute ein maispüree mit röstzwiebeln viel spaß für unser maispüree habe ich nun eine zwiebel in kleine würfel geschnitten in einem topf erhitzen wir nun 30 gramm butter und darin werden wir unsere zwiebelwürfel anbraten unsere zwiebeln sind nun leicht angeröstet nun gebe ich unseren mais dazu der mais 550 gramm dazu kommen noch 50 milliliter kochsahne und das ganze darf nun sechs sieben minuten köcheln zwei von unseren zwiebeln sind nun geputzt und im ring geschnitten diese werden wir nun in der mischung aus zwei esslöffel mehl und einen esslöffel paprikapulver ja mit mehl und paprikapulver halt bestäuben also wir wenden das ganze in dieser mischung und dann geht es weiter ja freunde ich bereite in der zwischenzeit unsere beilage vor das sind heute hähnchen untergeulen ja freunde jetzt gehen wir nach und nach unsere zwiebelringe in die grüße sozusagen beziehungsweise ins frittierbett ja und wenn sie dann schön braun sind dann geht es weiter ja freunde unsere zwiebeln haben jetzt die gewünschte bräune erreicht ich nehme sie jetzt raus und dann kann denke ich schon mal serviert werden ja unsere beilage ist jetzt auch fertig unsere hähnchen untergeulen und die werden jetzt gleich mit dem maispüree gereicht unser mais sahne gemixt wird nun püriert abgeschmeckt wird das ganze nun noch mit salz und etwas pfeffer untergehört und ich denke dann sollte es fertig sein und wir können servieren ja kurzes fazit leckeres maispüree meine abwechslung zwischen kartoffelpüree und erbsenpüree und dazu diese genialen röstzwiebeln müsst ihr unbedingt ausprobieren wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen hoch da netten kommentar über abo unten rechts würden wir uns immer wieder freuen und wir freuen uns auch wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen folge von künisch kochkanal macht's gut schönen sonntag noch tschüss künisch kochkanal